Hey Leute, ich bin's MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr bei WhatsApp Sticker löschen könnt. Ihr müsst da zuerst mal in einem Chat reingehen. Hier bin ich in einem Chat drin. Dann unten im Nachrichtenfeld drücken wir auf den Smiley. Jetzt bin ich hier schon im Sticker-Bereich drin. Wenn nicht, müsst ihr halt dort noch reingehen. Hier habt ihr jetzt schon mal Sticker aufgelistet. Um die jetzt zu löschen, geht ihr hier auf das Plus. Drückt dort drauf. Hier seht ihr Sticker, die ihr herunterladen könnt. Und dann geht ihr auf meine Sticker und dann seht ihr hier schon das Mülltonn-Symbol. Und darüber könntet ihr dann entsprechend, wenn ihr wollt, die Sticker entfernen und löschen. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ihr habt, daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.